Das ist Science Station Yowst, requesting a system. Request for reinforcements, acknowledge. Attention Imperials, we are under attack, can you help us? Attention, rebelless forces, cease your attack at once. Hm. Die sollen nochmal in den Besuch, ne? Imperials, this is no Science Station, clear. It's a weapon's love. Übrigens, willkommen zurück hier in der neuen Folge. Es geht gleich munterlos. Na, die werden wir nicht zerstören, die tun wir untersuchen. Echt? Oh, cool. Was ist denn das mit Premier Haribo bloß gerade auszerstört, okay? Demark Station Yowst, prepare to receive Imperial Inspectors. Your initiative is commendable beta 2. Thanks to you, we may learn something useful here. Oh, ich befluchte so viel Zertidus. Das nicht wenden können. Target destroyed. Echt? No, I'm not. Die sind mir ein bisschen zu krass. Ja, was soll ich machen? Da ist ein Fregatte. Hallo, ich bin mit einem Thai Bomber. Hat das jetzt troffen? Das waren meine letzten Raketen nämlich. Ja, ich bin sowas von dabei, aber... Okay. Hyperspies, da schießt. So, wie schauen wir das jetzt aus? Drum, und was soll ich denn? Soll ich noch was untersuchen? Ah, ich hab's alles untersucht. Mhm, mhm. Ja, das werden wir nicht zulassen. Oh ja, der kann nämlich noch Hintern schießen. Oh, irgendwas ist da grad damaged. Oh, und noch irgendwas ist da grad damaged. Wie schauen wir denn aus? Ähm, tja, die nächsten 30 Sekunden werde ich mal ein bisschen Abstand gewinnen. Siebzehn Sekunden werde ich noch Abstand gewinnen. Zehn Sekunden. Zumindest brauch ich mal keine Sorgen mehr machen, dass ich, äh, sehe, wie sehr unser Schiff für Mitleidenschaft gezogen worden ist. Die Anzeige ist nämlich bereits. Zerstört. Und wir können wieder feuern. Das sind wir die Einzigen da. Das sind wir die Einzigen da. Das macht's nicht einfacher. Fuck, jetzt hast du mich gerissen. Naja, aber war gar nicht so unerfolgreich, ne? Ja. Ja, ja. Uh, returning from victory for the Emperor. Oh, yeah. Große Tür diesmal. Serve the Emperor above all others. Oh, ja. Wir werden dem Imperator dienen. Ah, ist es größer? Es wird's. Mission war ein Erfolg, das freut mich. Das haben wir zu besprechen. Ups. Du hast die Existenz... Du hast die Existenz eines secretten Weaponsland und einen Rolle in ihrer Beobachtung gespielt. Congratulations. Suche Initiative ist rar. Ja. Und deswegen sind wir jetzt, ich zeig's euch gleich, im zweiten Kreis des Geheimbundes. Secret Order of the Emperor. Yeah. Ja, ja. Das freut mich. Das fliegen wir nicht nochmal, weil... Hat der eigentlich eh ganz gut geklappt. Da gibt's jetzt mal keine bonusgeheimen Imperatoren-Dingensen. Schauen wir mal, was wir tun können. Okay. 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 Rock'n'Roll. 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 Okay. Rock'n'Roll. die Flüchtlinge wollen überlaufen, wir sollen sie beschützen und die anderen zerstören. Jaaa! Im TIE-FIGHTER! Haha! Im Interceptor! Das ist das Einzige, worum es jetzt geht. Ich freue mich! System-Patrol-Kraft-Glass-Hailing-Victory-Class-Star-Destroyer-Protektor! Wir formelig Request Asylum! Request-Reinforcements! Acknowledge! So, dann schnappen wir uns! Able 2! So, wir schauen mal raus! Die sind noch etwas entfernt, das heißt... Speed! Wir haben Speed, das ist gut! Vier voll aufgeladene Turbulaser! Ich befürchte, dass die vorher zum Abfeuern kommen. Bevor ich... in die Waffenreichweite komme... Final Warning! Turn back or be destroyed! Jaaa... Final Warning! Wie kannst du das aufs Wohnen stecken? Engage die Y-Wings und protect die Shuttles! Wieso sind die so schnell? Die sind doch eigentlich voll lahm, die Y-Wings! Fliege ich da irgendwer mit Handbremsen, oder was ist los? So, next. Bitte schön, bitte sehr. Einmal volles Pull aufs Mord. Und tschüss. Nein, doch nicht, aber jetzt. So, gibt es noch einen Y-Wing? Nö, dann gibt es den hier. Waren das alle Ys? Ja. Sehr schön, dann schnappen wir uns die Lambda. Dann haben wir zwei was machen mit den TIE Fighter. Die sollten doch eigentlich die abschießen, oder? Und jetzt machen wir die ganze Arbeit. Na eh klar. Feiles, nicht der reale TIE Fighter Pack. Lambda eins auch noch, die haben ja gar nichts fertig gebracht. So, jetzt aber. Und schüss. Noch eine. Wie viel gibt es denn da? Noch drei. Jetzt greifen die auch noch an. Die blauen. Die DMOK. Genau, so heißen sie. Von einer Flight Leader. Alles klar. Die kann man uns aber hübsch schnell entgegen, das ist schön. Eine Minute noch. Und da werden sie schon abgefangen. Ausgezeichnet. Sehr gut. Ja, mit Raketen wäre das einfach alles so viel leichter. So, der hat gesessen. Somit ist angekommen. Da geht was. Eine Rakete hat eingeschlagen. Okay. Ah, genau. Da haben wir Ionen-Kanonen am Ort. Die haben ja Ionen-Kanonen. Aber die haben keine Chance gegen das imperiale Kaffee. Wir können von uns Kampfpiloten. Und. Bye, bye, baby. Doch nicht ganz. Äh, extra. Noch ein Shuttle. Da sind nämlich die Ziele. Ah, ja. Ähm, ist relativ easy. Einfach alles zu spüren. Was uns der Ziel-Computer vorgibt. Das ist nett. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Da gibt es irgendwo androbes Haumpen, die da alles zusammen. Sehr unglaublich. Da sind die TIE-Fighter unterwegs. Das sieht man so rechts im Bild. Und der wird auch schon abgefangen. Wunderbar. Genau so soll es sein. Ausgezeichnet. Kriegen wir auch noch eine Chance? Jawoll. Noch eine Fähre. Baker 4. Baker 4 existiert nicht mehr. Man kann übrigens mit, genau hier kann man auch auswählen, was man angreifen möchte. Macht bei größeren Schiffen mehr Sinn, zum Beispiel kleine Turbolaser auszuschalten. Jawoll, Rakete eingeschlagen. Und tschüss. Jawoll, Rakete eingeschlagen. Das waren alle. Und das Ding dockt auch. Okay. Das ist ja schon mal nice. Was? Das ist wieso? Wie kann der? Flugfehler? Okay. Flugfehler. Ja. Wie lange dockt das noch? Ah, ist klar fertig. Wie? 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 Teller Sie entspannen. Götere Arbeit, Gamma 2! Die der Un capita sind sehr froh. genuinelyuten, um an den Angehörungen zurückzahlen zu sein. Die have��ung werden sicherlich überwälen auf die Angehörger. Vier escort schuttle. Vier escort schuttle. Sdesten aus der Hyperspace kamen. Systempatrolerquart auf den們glappen hat auf Auto-Wilagen. Das ist direkt an Autofilag und abandond. Transmission bekommen, Gamma 2. gloves한 Ihren Jimmy als Angriff für Anwalt. Ah, das sind irgendwie die, die nach hinten fahren können. Die Pister... Das sind ja nur die, die nach hinten fahren können. Ja, das ist ja nur die, die nach hinten fahren können. wo kam das her naja gottse dank ja ja ich weiß 61 prozent mehr ist ja okay hätten wir das auch wieder mal geschafft die ersten drei jetzt schauen wir uns noch an worum es da geht ok was magst du es du noch sagen oh ich hab wieder zurückgekickt ja das werden wir auch machen aber das werden dann das nächste mal sehen